Yo Leute, herzlich willkommen zum fünften Part Pokémon Oranium. Ihr seht es, wir sind kurz vor der Arena, also vor dem ersten Arena-Leiter hier in dem Spiel. Und es ist immer noch dasselbe Tag wie gestern. Es ist so heftig warm, es ist so heftig warm. Immer noch 30 Grad, mindestens in meinem Zimmer. Ich verrecke, aber ich will jetzt endlich die erste Arena hier machen. Und ja, da haben wir uns das letzte Mal hingekämpft. Ich hoffe, wir werden die Arena beim ersten Mal schaffen. Ähm, ja. Mehr sage ich dazu nicht. Typ normal hat die Trainerin hier. Die Arena-Leiterin, eher gesagt. Und ich hoffe, dass wir es beim ersten Versuch halt schaffen. Wenn nicht, bin ich angepisst. Also die Musik in dem Spiel ist einfach nur mega geil. Kann man nichts anderes sagen. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ähm, ich mache ein bisschen Sand Attack. Vielleicht kann ich eins schaffen. Einmal Sand Attack. Ja, nice. Genauigkeit sinkt. Das heißt, ich werde jetzt wechseln zu Kai. Es wird mich jetzt nicht mehr so oft treffen können. Oh, es trifft trotzdem. Fuck. Aber ich habe es verbrannt. Das ist schon mal geil. Das wird ein spannender Arena-Kampf. Ich hoffe, dass ich es einfach beim ersten Mal schaffe. Einmal Beleber haben wir geschenkt bekommen. Das kann uns auf jeden Fall ziemlich helfen hier. Oh, nice. Das macht aber ordentlich Damage. Ähm. Ich würde sagen, wir besiegen es einfach. Nein. Aber es ist mal noch verbrannt. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, nice. Das hat aber ordentlich Damage gemacht. Vielleicht killen wir es jetzt sogar. Müssen wir eigentlich sogar wegen der Verbrennung. Das hat gerade nicht so viel Damage gemacht, äh, Ruck-Zuck-Heb von dem Vieh. Und das ist doch schon down. Ich habe ja nicht gesehen, wie viel Pokémon die hat. Ob zwei oder drei. Ich lasse mal Kai drinne. Äh, nicht auswechseln, sondern einmal heilen, bitte. Und zwar auf, ähm, Kai. Nein, nicht Jahan. Ähm. Oh, fuck. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo ich jetzt angreifen soll? Ich glaube ich... Nein, warte mal. Berries. Das bringt es auch nicht. Ich setze einfach einen Supertrank auf, ähm... Aaron ein. Im Wechsel gleich aus. Scratch würde nicht viel Damage machen. Was? Würde nicht viel Damage machen, sagt er. Fuck. Bitte. Ach, nein. Och, scheiße, Alter. Es ist mir zu riskant. Ich setze jetzt noch einen, äh, Supertrank ein und hoffe, dass ich jetzt aufwache. Komm, bitte wache auf, langsam. Nice. Das ist verbrannt. Es ist verbrannt. Das wollte ich, ähm, vorauszögern. Damit es wenigstens ein bisschen Damage bekommt. Jetzt wache ich eigentlich so langsam mal wieder. Nein, immer noch nicht. Alter, was. Okay, es hat jetzt überhaupt kein Damage gemacht, gerade. Und das Gute ist, die Verbrennung macht immer mehr Schaden. Von Runde zu Runde. Alter, wie lange schläft das Vieh denn? Okay. Ich darf es eigentlich nicht riskieren. Ja, es ist aufgemacht. Nice. Wir setzen sofort Glut ein. Oh, es ist fast tot. Gut. Nice. Wir haben es fast down, aber sie wird jetzt wahrscheinlich eh, ähm, wieder Dingens einsetzen. Hier, wie heißt das? Gena. Ein Supertrank haben wir noch. Gut, dass ich mir fünf gekauft habe. So, ich hoffe. Es setzt ja, nein, okay. Es wird eh durch die Verbrennung sterben. Es sei denn, sie setzt jetzt tatsächlich, äh, einen Trank rein, was so sein wird. Nein, tut sie nicht. Nice. Zweites Pokémon weg. Ich weiß nicht, ob... War es das schon? Ich bin echt nochmal eingeschlafen. Und sie hat noch eins. Ich muss Dingens drin lassen, damit das wieder aufwacht. Was? Das ist ihr letztes Pokémon. Keine Chance. Keine Chance. Es macht Hälfte Leben weg. Ich bin noch eingeschlafen. Hätte ich das gewusst, dass sie ein Pokémon hat, was mich einschläfert, ähm, ja. Das war's. Oh Mann, ja, komm, fick dich. Fick dein Leben, Alter, ganz ehrlich. Äh, als ob... Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen? Der hat einfach schon eine Weiterentwicklung. Das Einzige, was ich... Ja, fick mein Leben. Yo, one shot auch noch, Alter. Yo, fick mein Leben, ey. Halt die Fresse, ey, ganz ehrlich. Ey, ich muss mir jetzt 10 Supertränke kaufen oder so. Und, äh, keine Ahnung, wie viel Beleber... Beleber, sag ich schon, ähm, wie heißt das? Warte mal, ich hätte noch Beleber. Ich hätte mein anderes wieder... Scheiß drauf, scheiß drauf. Äh. Mir ist zu warm, es ist eindeutig zu... Ich kann... Ich hab kein Geld mehr, was? Wie soll ich das jetzt schaffen? Warte mal, Antitore. Poison, Eis. Wie, ich kann mir nix gegen, äh, einschlafen... Willst du mich verarschen? Was soll ich... Wie soll ich das jetzt machen? Ja, das Spiel fackt mir jetzt schon richtig ab. Wie soll ich die Arena schaffen? Ohne, äh... Mein Pokémon aus dem Schlaf wieder aufwecken zu können? Ne, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Da muss ich stundenlang trainieren. Niemals werde ich das schaffen. Ah ja, wie machen wir das jetzt? Ich mach's einfach wieder so. Jo, alter. Jetzt wechsle ich einfach und hoffe, dass es diesmal nicht angreift. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie mindestens einen Supertrank hat. Ich schätze mal beim letzten Pokémon sogar auch noch rein. Also, wie gesagt... Muss wahrscheinlich erstmal mein... Äh... Nein, 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 zurück. Muss wahrscheinlich erstmal mein Starter-Pokémon entwickeln hier, damit ich überhaupt irgendeine Chance in der Arena habe. Ja, gut macht das... Das macht kein Damage, das ist gut. Wieso greifst du immer zuerst... Ah ja, das macht Ruck-Zuck-Heb, okay. Yes, okay, das erste ist schon mal weg. Und dabei haben wir nicht mal so viel Damage genommen. Das ist Level 8 geworden. Wir sind Level 13. Oh, was haben wir gelernt? Irgendeine Fähigkeit haben wir gerade gelernt. Jetzt werde ich versuchen... Ja, ich greif sogar als erstes an, was? Bitte treff nicht. So, ja, ich bin tot. Nice. Also, das erste ist schon mal wieder weg. Keine Chance mehr, alter. Never ever schaffen wir das. Was habe ich gerade für eine Attacke bekommen? Mudslap, was ist das? Okay. Warum setzt es immer hier an, Alter? Äh, ich setze lieber Glut ein, das macht ein bisschen mehr Damage. Bitte Volltreffer oder so. Oh, nice! Nice, übelster Volltreffer, es ist nicht verbrannt. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist übelst ärgerlich. Fuck. Mann. Was? Es kann sich einfach selber heilen, was? Es kann sich auch noch selber heilen. Alles klar. Ja, es hat... Ja, geil. Es hat nicht getroffen. Ich bin ehrlich aufgewacht. Nice. Komm, bitte, sei verbrannt. Das ist so ärgerlich. Aber es schafft, glaube ich, nicht mehr Gena einzusetzen. Yes! Es ist tot. Wir haben noch einen Truck, einen Beleber. Und ja. Keine Ahnung. Das ist jetzt, äh, ne heikle Situation. Matz-Slapp. Ich setze es einfach mal darauf ein. Ich weiß nicht, ob das Damage macht. Oh, das macht überhaupt kein Damage. Ja, es hat gemisst. Nice. Noch habe ich Hoffnung. Oh, nice. Es ist verbrannt. Es ist verbrannt. Bitte kein Volk-Tipp. Nein, das hat überhaupt kein Damage gemacht. Nice. Wir könnten es jetzt sogar killen. Bist du tot? Yes, Leute. Easy. Was habe ich mich eigentlich so beschwert? Easy win. Lol. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass ich das mit einem Trank schaffe und vorher mit fünf nicht. What the fuck war da los? Ich weiß nicht, warum ich das davor nicht geschafft habe. Wir bekommen TM27 Return. Da freut man sich doch. Wenn es jetzt, habe ich die Arena noch in diesem Part geschafft. Wir mussten nicht noch ein Part damit anfangen. Gucken wir uns doch mal den Orden an. Können wir uns den hier irgendwie angucken? Hier bestimmt. Jo, da ist er. Nice. Gut, dann würde ich sagen, erstmal heilen gehen, ey. Heftig. Und wir müssen unbedingt unsere Pokémon trainieren. Ey, wir sind so low. Richtig low-bobs sind wir. Aber unser Starter-Pokémon müsste sich ja eigentlich bald entwickeln. Level 14 oder Level 16, soweit ich weiß. Nice. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier oben hin. Vielleicht hat sich das ja jetzt hier geändert. Nice. Da kommen wir noch nicht lang. Alles klar. Naja, um den Part zu beenden, ist es eigentlich noch zu früh. Ich komme nicht bewegen. Da kommt unser Rivale. Es fängt übelst an zu lenken. Geil. Boah, legt das so. Die Musik ist auch übelst leise geworden. Äh, nicht leise, sondern langsam. Okay, das ist irgendwie noch ein bisschen buggy. What the fuck? Es ist ja halt noch nicht, äh... Also es gibt halt noch ein paar Bugs in dem Spiel. Es ist noch nicht komplett fertig. Also es ist schon von Prinzip her fertig, aber ein paar Bugfixes kann man immer machen. Und jetzt haben wir hier einen Kampf gegen unseren Rivalen. Das passt perfekt. Kann ich danach nämlich den Part beenden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dein Damage. Ich werde jetzt... Okay, ich werde auswechseln. Muss ja nicht sein, dass ich jetzt hier Aaron umbringe. Burby macht ja eh nicht so viel Damage, glaube ich. Also hoffe ich zumindest. Aua. Ja, okay, das macht keinen Damage. Zurück. Ich will immer auf Fight again, aber es geht immer auf was anderes. Quick Attack. Ja, Flame Body hast du davon. Diese Musik ist so sick. Immer Amber hier. Und jetzt setzt wieder Quick Attack ein. Oh, was ist das lame? So. Tschüss mit dir, Burby. Es tut mir leid. Wir steigen mit beiden Pokémon, glaube ich, ein Level auf. Ne. Nicht mal. Was? Das ist ein Starter-Pokémon. Das ist von Typ Pflanze, also wird es jetzt eh down sein. Tschüss. Wir werden auf jeden Fall ein Level aufsteigen. 150 sogar. Warum haben wir eigentlich so einen kleinen Spass hier als Rivalen? Und warum leckt das immer noch so? Er holt schon wieder rum, dass er so schlecht ist. H1-06-Rock-Smash? Okay. Jetzt wird es wahrscheinlich auch aufhören zu lenken. Warte mal, können wir jetzt, ähm, Steine bewegen oder, ähm, können wir jetzt Steine bewegen oder, ach, nicht Pokédex, bin ich dumm. Steine bewegen oder zerstören. Okay, wir können, äh, Steine zerstören. Also Zertrümmerer ist das. Ja. Das ist ja ganz sick. Ich glaube, in der Höhle waren es sogar, ähm, Zertrümmerer Steine. Aber ich will ja jetzt eigentlich nicht schon zurückrennen. Das ist, äh, hab ich gerade keinen Bock zu. Äh, ja, wir, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf der Route hier weiter. Und, ja, erstmal beende ich den Part für heute. Route 2 schon wieder. Warte mal, wahrscheinlich gerade Route 2. Da waren wir doch schon. Kommen wir entweder wieder zurück oder was ist das hier? Naja, das sehen wir im nächsten Part. Und, ja, bis dann. Ciao, Leute. Ciao, Leute.